Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Inazuma Eleven Go Schattennetz-Base. Ich bin Rektor Dean, ihr schaut wieder Games4U. So, wir müssen jetzt zum Auswahltraining heute. So, vielleicht auffrischen. Mal gucken, ob wir es müssen. Sind schon topfit. Dann reden wir mal mit dem Trainer. Das sind alle, die in den Fußballclub wollen. Der Vorfall mit den schwarzen Templern hat unserer Schule sichtlich geschadet. Ich bitte um Ruhe. Über die Aufnahmen in den Fußballclub entscheidet ein Trainingsspiel von 15 Minuten gegen diese fünf Spieler. Wer die Partie gewinnt, ist egal. Es geht nur darum, dass ich euch beobachten und eine Entscheidung fällen kann. Alles klar? Ja, Trainer. Das ist doch gut. Wer gewinnt, ist egal. Hm. Sprich vor dem Probetraining mit allen. Haha, ich rede nur mit dem roten Smiley. Wo ist er? Da ist niemand. Will nicht mit allen reden. Ich glaube, ich muss mit allen reden. Bla bla bla. Bla 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 bla. Probetraining. Gib alles. Du bist also Arian Sherwin. Ja, jede Menge habe ich drauf. Bla bla bla. Und so. Ja, mit wem soll ich noch labern? Und wo? Ach, mit ihm erträgen müssen. Verdammt. Ha, ihr werdet auch noch das Weite suchen. Wie eure zweite Mannschaft kapiert das endlich. Fußball hat hier keine Zukunft mehr. Was hat der denn hier verloren? Ich? Hehe, ich bin nur als Beobachter hier. Aha, dann ist dir ja sicher aufgefallen, dass nicht das ganze zweite Team aufgehört hat. Schon und Hugo sind noch da. Aber nicht mehr lange. Die beiden wollen direkt nach dem Probetraining auch gehen. Was? Ja, und jetzt? Ah, hier. Die zweite Mannschaft ist erledigt. Nach dem Probetraining verschwinde ich auch. Hugo. Du, das hast du dir selbst zuzuschreiben, Kapitän Dirigo. Hör nicht auf ihn. Sam, tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Ich habe mein Versprechen nicht gehalten. Ich kann nicht mehr euer Kapitän sein. Ich soll Kapitän werden? Aber ich bin doch gerade erst ins zweite Jahr gekommen. Ein Kapitän sollte doch im dritten sein. Das spielt doch keine Rolle, Ricky. Fifth Sektor kontrolliert inzwischen fast alles im Fußball. Aber wir geben nicht einfach so auf. Wir müssen versuchen, die Besten im Land zu werden. Das muss uns doch was bedeuten. Irgendwann muss das ja mal aufhören. Dann spielen wir in einem richtigen Turnier, wenn wir uns nicht vorher kaputt machen. Du hast uns zu einer Mannschaft zusammengeschweißt. Deshalb musst du Kapitän werden. Verstehst du das denn nicht? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Klar kannst du das, so wie du spielst. Das hält das ganze Team zusammen. Nur du kannst dieses Orchester dirigieren. Du machst die Mannschaft stärker. Ohne dich schaffen wir das nicht. Es bringt nichts. Ich bin einfach nicht gut genug. Ich kann die anderen noch nicht mal beschützen. Komm, jetzt bleib hier und lass uns erstmal einfach weitermachen. Hm. Schluck. Tja, nur damit du es weißt, ich werde in diesen Club aufgenommen. Komm. Wie du meinst, Sherwin. Er hat unglaubliche Fähigkeiten dafür, dass du Fußball hast. Ich verstehe das einfach nicht. So, dann müssen wir mit dem Trainer reden. Dann mal los. Bist du bereit fürs Probetraining, Sherwin? Jupp. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Trainer sich das immer gefallen lassen, dass die Mannschaft erstmal hin und her rennt, mit Leuten harbert und dann erst hingeht und sagt, okay, jetzt sind wir bereit, jetzt können wir mal spielen. Alles klar, dann geht's los. Jetzt entscheidet sich, wer es in den Fußball-Club schafft. Start. Das ist ein bisschen ungewohnt. Kretschen. W- Heben. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht ist Sam blöd genug. Ach ja, jetzt muss er gleich noch dicke Hose machen. Flammengriff von Anfang an rauspacken oder was? Ich verstehe. Und es kostet den noch nicht mal was. Ach, es läuft nicht gut. Ich kann da einfach nicht mithalten. Komm schon, Jeeper. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Also ich gebe jedenfalls nicht zu schnell auf. Das wird schon. Ganz bestimmt. Wäre doch gelacht. Hm, er denkt wohl, wenn er nicht aufgibt, geht sein Traum in Erfüllung. Uff. Hey Ricky, was ist denn mit dir los? Wenn ich ihn ansehe, werde ich sauer. Ich weiß auch nicht warum, aber wenn ich seinen Ehrgeiz sehe, packt nicht einfach die Wut. Heutzutage kann man sich beim Fußball noch so ins Zeug legen. Einen Sieg, der etwas bedeutet, kann man trotzdem nicht erringen. Aber Arian gibt immer noch alles, obwohl es keinen Sinn mehr hat. Ich gebe bestimmt nicht so schnell auf. Ja, dann zeig mal, was für ein Kämpfer du bist. Ja, Kapitän. Gration, Gration. Heben. Wupp. Macht ja eh wieder Flammenkiff und es kostet den noch nicht mal TP, den Sack. Die wollen nicht, dass wir ein Tor schießen. Noch mal heben. Vielleicht der diesmal. Er ist wieder schnell genug zurück. Wenn Sam wirklich so ein guter Torhüter wäre, dann hätte ich ja gar kein Problem mit dem. Aber das ist er halt irgendwie nicht. Noch mal Grätschen. Vorbei. Grätschen. Jawohl. Noch mal heben. Wenn es jetzt nicht gab, dann machen wir das nächste Mal einen Schuss. Oh Gottchen. Ja toll. Wie soll man da auch gewinnen? Das ist beschiss. Na, ist ja fast ein Kompliment. Es ist soweit. Hier ist das Ergebnis. Wenn ich eure Namen aufrufe, dann seid ihr drin. Sherwin. La Pa. Das war's. Hoho. Heftig. Nur ich und Jeeper? Ich glaub, ich träume. Nein, du träumst nicht, Jeeper. Wir haben's geschafft. Wir haben's wirklich geschafft. Wee. Bin ich froh. Hehehe. Das ist doch Schiebung. Diese Günschnebel sind nicht halb so gut wie wir. Was bildet der sich eigentlich ein? Puh. Wenn sie diese Waschlappen für uns spielen lassen, dann ist das echt das Ende für Raimond. Wie geil die sind, ey. Hehehe. Na, wenn das die Waschlappen sind. Was seid dann ihr? Hehehe. Hehehe. Trainer, warum haben sie ausgerechnet die beiden genommen? Hast du's nicht bemerkt, Dirigo? Was bemerkt? Arian Sherwin und Jean-Pierre Lapin. An ihnen ist etwas Besonderes. Mehr sage ich nicht. Das beantwortet nicht meine Frage. Geduld, Dirigo. Geduld. Du wirst es schon noch sehen. Die hüpfen wir immer noch um. Trainer Travis versteht es nicht. Weder ich noch sonst irgendwer kann den Club retten. Wir sind eh am Ende. Ich hasse den Ricky irgendwie. Der geht mir so auf den Keks mit seinem Scheiß da. Sky! Sky! Endlich bin ich im Raimond-Fußball-Club. Jetzt kann ich echten Fußball spielen. Yeah. Toll, Arian. Das wird so lustig. Ja. Haha. Ich werde mein Bestes geben. Ihr werdet schon sehen. Wir haben's geschafft. Sam Kukan hat das Team verlassen. Doug McArthur hat das Team verlassen. Subaru Honda hat das Team verlassen. Du kannst jetzt Schnatter, die Online-Plattform des Fußball-Clubs nutzen. Berühre im Menü Infos und dann Schnatter, so erfährst Du immer den neuesten Klatsch und Tratsch. Viel Spaß dabei. Ich bin gerade erst an der Raimond und schon steht ein Freundschaftsspiel bevor. Die neuen Kameraden zählen auf mich. Ich bin irgendwie so komisch. Nur, die Antwort gibt's im nächsten Kapitel. Falsches Spiel mit Raimond. Okay, heftig. Speichern wir. Okay. Der ist ja ganz aufgepumpt, ey. Na los, Schiepe. Wir müssen uns beeilen. Nicht so schnell, Arian. Ich hab doch nicht so lange Beine wie Du. Oh klar, entschuldige. Ich freu mich nur so. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass ich mit den Raimond-Fußball-Clubs trainieren darf. Me-Wee. Ich auch nicht. Damit hätten wir alles besprochen. Saints Way ist das wichtigste Fußball-Turnier für Schülermannschaften. Ich erwarte, dass Ihr dafür in Top-Form seid. Wir treten also bei dem Turnier an. Haben wir dafür überhaupt noch genug Spieler? Wir müssen einfach teilnehmen. Sonst wäre unsere ganze harte Arbeit umsonst gewesen. Aber Fifth Sector hat etwas gegen uns. Die lassen uns wahrscheinlich schon in der ersten Runde ausscheiden. Wie, aber wir waren letztes Jahr Zweiter. Da können sie uns doch nicht sang- und klanglos ausscheiden lassen. Ich verstehe vollkommen, dass Ihr Euch um den Club sorgt. Und ich werde alles dafür tun, dass er wieder in die richtige Spur kommt. Heute trainieren die Neuen zum ersten Mal mit uns, oder? Ja, aber das sind doch totale Anfänger. Die schießen vielleicht noch mit der Pike. Das war ja bei uns damals nicht anders und die beiden werden sich schnell verbessern. Die sind schon etwas Besonderes. etwas Besonderes. Das hat Trainer Travis auch gesagt. Hm. Kapitel 2 Falsches Spiel mit Raimon Hört schon nicht gut an. Hier. Falsches Spiel mit Raimon. Ich kann es immer noch kaum glauben, wie riesig dieses Stadion ist. Daran muss ich mich wohl erst noch gewöhnen. Das kannst Du aber laut sagen. Hey, sollten wir nicht die anderen im Atrium kennenlernen? Aleon, nie wahr. Heute ist mein erster Tag als Mitglied des Raymond Fußball Club. Was mich da wohl erwartet? Trifft die anderen im Atrium? Okay. Auffrischen. Ne, wir sind topfit. Das passt. Hört mal her, Leute. Das sind unsere neuen Mitspieler. Stellt Euch doch mal vor. Oui, ich bin Jean-Pierre Lapin und bin neu hier. An meiner letzten Schule war ich Verteidiger. Ich werde mir immer große Mühe geben. Ich heiße Arian Sherwin und bin auch neu an Eurer Schule. Ich mag Fußball wirklich sehr und werde natürlich auch mein Bestes geben. Cool. Schön, Euch kennenzulernen. Diese blöde Katze. Ihr macht nur Kawatsch. Hm. Kleine Kinder. Du bist dem Fußball Club der Raymond Junior High beigetreten. Die anderen Mitglieder gehören jetzt zu Deiner Hauptmannschaft. Okay, vielleicht könnten wir uns jetzt alle kurz vorstellen. Oh, das Gebäude ist ja der Wahnsinn. Hier wird es mir sicher sehr gefallen. Wer hat das gesagt? Äh, entschuldigt bitte. Hä? Äh, ich heiße Sky Blue. Ich würde gerne Managerin für Eure Mannschaft werden. C'est magnifique! Wie, ehrlich jetzt? Ja, sieh mal an. Jetzt war sie doch schneller. Riccardo. Wolltet ihr auch? Aber natürlich wollen wir. Dürfen wir? Ja klar, ihr zwei. So Jungs, jetzt habt ihr nicht nur eine Managerin, sondern drei. Sky! Du willst also wirklich unsere Clubmanagerin werden, ja? Genau. Ich werde alles geben, um die Raymond-Elf zu unterstützen. Damit haben wir dieses Jahr also drei Managerinnen. Na Jungs, ihr wisst Bescheid. Seid schönartig, ja? Hallo. Ich heiße Rosie Red und bin im zweiten Jahr hier an der Schule. Ich freue mich ja so, eure Managerin zu sein. Mein Name ist Jade Green und wir sind nicht nur eure Managerin, sondern auch Arians persönliche Cheerleader, richtig? Hast du gehört, Arian? Wenn wir dich anfeuern, dann spielst du gefällig super, verstanden? Enttäusch mich nicht. Ja, Mann. Oh, ähm, alles klar. Haha, gut. Dann geh ich mal Trikots für euch holen. Bin gleich zurück. Während ich weg bin, könntet ihr euch doch mit den anderen unterhalten, oder? Immerhin seid ihr jetzt Mannschaftskameraden. Im Menü wurden neue Optionen freigeschaltet. Du kannst jetzt ratlos auf dem Titelbildschirm auswählen, um StreetPass zu nutzen, mit anderen Spielern zu spielen und so weiter. Du kannst jetzt Aufstellungen bearbeiten, indem du im Menü Taktiken und dann Aufstellungen wählst. So, natürlich lernen wir unser neues Team kennen, aber nicht heute, sondern morgen. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und sage Ciao, Ciao, bis zum nächsten Mal.